BAM! Folge 50! Ab geht's! Wie schon gesagt, in der letzten Folge. Wir gehen jetzt hier rein. Oh, was macht der eigentlich immer da verrückte Geräusche? Und was? Der hat doch gar nichts gegessen. Okay, wie der Kampf abläuft, wissen wir jetzt genau. Und jetzt müssen wir die Chance nutzen. Also, wir killen immer einen Geist, dann geht der Ambos an und dann tun wir den hier nieder. Und metzen. So läuft der Kampf ab. Und alle immer auf einen Geist. Und zwar, denen geht's nicht mal los. So. Gut, das müssen wir jetzt, müssen wir jetzt auf den hier gehen. Das war's für heute. Okay, cool bleiben. So. Jetzt müssen wir drüben. Oh, Ingo. Oh, you'll be a fine risk if I were to. Yes. Uh. 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 Yes. Uh. Okay. Ist jetzt schlecht gelaufen? Ich wollte eigentlich immer nur auf einen gehen. Uh. 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 Okay. Hat funktioniert. Jetzt dreht sich das Ding. Ja. Wieder gegen den der auf unserer Seite gestürzt. Sehr gut. Alles so schön hier hinlaufen. Hier hinlaufen. Hier hinlaufen. Hier hinlaufen. So. Okay. Angriff. 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 Okay, ich dachte, das wäre jetzt der Kampf gewesen, aber irgendwie. Okay, ah cool, jetzt müssen wir auch noch die zusätzliche hier besiegen, die Jungs trotzdem, wenn danach im Prinzip geht, müsst ihr gleich wieder die Typen hier wegbeamen. Zack, 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 okay, das ist jetzt ganz schlecht. Mit den Nicht-Scherben ist schlecht, ganz schlecht gelaufen. Das wird jetzt richtig teuer. So, Achtung. Jetzt keinen Fehler machen. So. So, und jetzt müssen wir eigentlich wieder nur an der Stelle hier bleiben. Off my gun. Yes. So. Oh, no. Ja, geht doch. Ja, guck, also. Perfekt. Oh, Mann, ey, das war ein echter Buskampf. Jetzt geil. Klasse. Klasse. Der Echte. Kein Vergnügen ist das. Ist doch so. Das wird so. Jetzt weiß ich nicht, wie ich kam. Hier lange muss ich ja weg. Gut, gehen wir hier lang jetzt mal gucken, wie wir jetzt von Franka mal näher kommen. Oder nicht. Oh... Tja, Steingolems gibt es auf jeden Fall. Oh ja... Ich denke, ich war ein Paragon zu den Dwarven von Orsamar. Wenn Sie den Anvil suchen, dann müssen Sie über meine Geschichte interessieren. Oder werden Sie verletzt, um sie zu erlösen. Ach du Scheiße... Äh, äh, äh... Die Anvil of the Void Though I made many things in my time, I rose to fame and earned my status based on a single item. The Anvil of the Void. It allowed me to forge a man of steel or stone, as flexible and clever as any soldier. As an army, they were invincible, but I told no one the cost. No mere smith, however skilled, has the power to create life. To make my golems live, I had to take their lives from elsewhere. Ach du Scheiße. The Darkspawn were pressing in. Originally, I only took volunteers, the bravest of souls, willing to trade their very own lives for the chance to defend their homeland. But King Valtor became greedy. He began to force men, castles and criminals, his political enemies. All of them were to be given to the Anvil. Oh. It took feeling the hammer's blow myself to realize the height of my crimes. Ach du Scheiße. No! I entombed myself here to find a way to destroy the Anvil. It must not be used again! No! The Anvil is mine! No one will take it from me! You! Please! Help me destroy the Anvil! Do not let it enslave more souls than it already has! Oh god. Nay, you were a paragon. If you... I'll help you to support the new king. Don't listen! He's been trapped here for a thousand years, stewing in his own madness. Help me claim the Anvil, and you will have an army like you've never seen! Branka, you mad, bleeding nug-tail! Does this thing mean so much to you that you can't even see what you've lost to get it? Look around. Is this what our empire should look like? A crumbling tunnel filled with dark-spawn spume? The Anvil will let us take back our glory! Oh yeah. The Anvil enslave his soul, so it must be destroyed, yeah. Thank you, stranger. Your compassion shames me. No! You will not take it! Not while I still live! Branka, don't throw your life away for this! Just give her the blasted thing! She's confused! Maybe once she calms down, we can talk to her. Huh, oh yeah, 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 yeah. Bah! You're not the only Master Smith here, Karadin! Golems, obey me! Attack! Golems, obey me! Golems, obey me! Golems, obey me! You must help me! I cannot stop her alone! Okay. Okay, 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 okay. Let's all go to the Golem here. Golems, obey me! Golems, obey me! Golems, obey me! Golems, obey me! Okay. Oh-oh. Jetzt gehen mir hier echt noch die Tränke aus. Das war's. I am a Paragon. Wow. That's cool, buddy. I do not need to treat this. I am a Paragon. 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 Es ist nur wegen meiner Erinnerung. Ich wünschte, dass keine Erinnerung von ihm es in die Geschichte gebracht hat. Ja, du bist nicht schuldig. Eine dumme Frau. Ich wusste immer, dass die Anvil zerstörte sie. Aber zumindest es endet hier. Ich danke dir, dass du mit mir mit dir bist. Die Anvil wartet da für dich, um ihn zu verletzieren. Da ist er. Da ist er. Für den König von deinem Wahl. Da ist er. Nyaaah. Hoo, hoo, hoo. Da, es ist fertig. Gib es zu jemandem du möchtest. Ich will nicht hören, dass ihre Namen nicht mehr. Orygon. Ich habe bereits lebt, weit über meine Zeit. Ich habe kein Platz hier. Nein, ich mache es. Das würde mich lieben, Mensch. Du hast meinen eternen Dank, Stranger. Einen Vertrauen in den Alltonsha. Du möchtest immer deinen Weg in die Nacht finden. Ach du Scheiße. Geil. Fett. Ey, was für eine Story. Ganz ehrlich, ist ja abartig. Und wir können die Truhe sogar öffnen. Ja, geil. Natürlich. Und was ist drin? Ein Kack ist drin. Aber Medium Silber? Boah, das nehmen wir mal. Ich habe diesen Kack. Ach, immer noch Fuller, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 You see a large stone tablet, chipped with age, with a great number of Dwarven runes carved into his surface. The writing is in Dwarven, and appears to be a long list of names, each with the stamp of the house next to them. You recognize few of the house names. At the bottom of the list are the words, we honor those who have made this sacrifice, let their names be remembered. The carvings are still deep enough that a tracing could be taken, allowing the information to be carried elsewhere. Take a trace. The ancient rules are traced into a stack of papers, which you store in your pack. I don't know. Cool, okay. Names. Long-listed Dwarves. Wait, wait, hold on. We honor who have made this sacrifice. Let their names be remembered. Fart me a lullaby. It's a memorial of all the Dwarves who became golems. Has to be. If there was some way of getting this back to the shepherd in Norsemar, I bet they'd drown their trousers. And pay good gold for it. Probably both. Is this cool? Fart me a lullaby. Oh, God. This is cool. Shave my ass and call me an elf. Fart me a lullaby. Hey, this is a best-off. This hit-verdächtiger is with a hammer. So was geiles hab ich ja noch nie gehört, ey. Fart me a lullaby. So, come here irgendwo haus. Oh, and there. Oh, God. I'm just the whole way back. Fuck you. Oh. Well, that pretty much beat the sod out of how I imagined it. You ready to head back yet and share the news? Yeah. Those dishes have been trying to destroy the city for years. Haven't managed yet. Here's this guy. Fart me a lullaby. Shave my ass and call me an elf. Hey. Hammer. Okay. Lords of the Assembly. I call for order. This argument gets us nowhere. Then why these delaying tactics? I call for a vote right now. My father has one living child to assume the Iduken throne. Who would deny him that? Your father made me swear on his deathbed. You would not succeed him. I apologize for the interruption, Lord Stuart. But the Grey Warden has returned. We should let the warden speak. What news do you bring? Oh, for his chosen king. No, no, that's not the truth. Karadin was trapped in the body of a golem. This warden granted him the mercy he sought, releasing him and destroying the anvil of the void. Before he died, Karadin forged a crown for Orzammar's next king, chosen by the ancestors themselves. And we are supposed to trust this? The word of a drunken sot and a Grey Warden known to be in Harrowmont's pocket? Silence! This crown is of Paragon make and bears House Hortan's ancient seal. Tell us warden, whom did Karadin choose? The Grey Warden knows nothing about us. Why would a Paragon entrust someone like this with such a weighty decision? This is ridiculous! We've argued in these chambers for too long. The will of the Paragon is that the Grey Warden decide. Yeah. Why would grant the crown to Harrowmont? I appreciate your forthrightness, warden. You have acted with grace through this entire torturous process. Okay. Let the memories find you worthy. First amidst the Lords of the Houses, the King of Orzammar. I will not abide by this! The ancestors have spoken! No. Would you let a surfacer decide the fate of the dwarves? Watch out! They brought weapons! Guards! I will not hide! I will die to God, what will I do? should let them heal? No. Aftergoal mightin'. You shouted. No doers! We need to get to it! You're hungry! As they gather! So, jetzt hat die Sache aber erledigt. Ich weiß nicht, dass er so viele von ihm folgt. Aber viele von Orzammar hat ihn gesehen für was er wirklich ist. Und ich glaube, dass wir diese Insurgenheit unter Kontrolle bringen. Ich glaube, es ist mehr als jemand, aber meine Frau, Warden. Und ich danke dir. Was ist ein Kurs? Was ist das? Ich habe mich mit dem Kurs. Ich bin mit dem Kurs. Ich habe mich mit dem Kurs. Ich wünsche dir Glück gegen den Blight-Warden. Wir können noch vier Jahrhunderts beitragen. Was haben wir für ein Item bekommen? Was können wir machen? Arken Warrior of Fate Shroud. In order now. Partly existent Physical Realm, while Combat Magic is active. Oh, geil. Okay. Das machen wir natürlich. Aber was haben wir jetzt für einen Stab bekommen? Das will ich jetzt schon gerne wissen. Hier. Heromunds Staff. Äh, ist das... Äh, ist der Scheißentreck der Staff? Scheine Kacke, Herr da. Na. Heromund. Kann sich sein Stab in den Papier hier stecken? Hm. Oh, geil. Greater Injury Kit. Oh, Mann. Komm, da kacke ich drauf. Nehmen wir das hier. Oh, was soll ich sagen? Das war doch... Natürlich. Sehr gut. Das war doch der Hammer. Der oberabsolute Oberhammer war das. Ihr Rolle in dieser Wahl wird lange erinnert. Okay, das ist genau ein Ausgang. Und da gehen wir jetzt raus. Und während wir rausgehen, sage ich mal, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr diese Folge zugeschaut habt. War eine klasse Folge. Ah, wir werden nicht fertig. Key to the City. Ring. Oh, geil. Sehr geil. Nee, der kriegt den Key to the City. Ring of Selection. Ring of Selection. Das brauchen wir eigentlich alles nicht so. Electricity Damage, Spirit Damage. Was passt eigentlich? Okay. Ja, bedanke ich mich für diese Folge, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir hier raus. Und schauen mal, ob wir demnächst tatsächlich ihren Schlussstrich drunter setzen können. Wäre cool. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017